Hallo, in den ersten vier Wochen, in denen das Pixellabor geöffnet hatte, konnten wir viele Besucherinnen und Besucher hier begrüßen und uns um ihre Anliegen kümmern. In der aktuellen Situation ist das seit Mitte März vorerst nicht mehr möglich. Aber das Pixellabor steht ja für die Vereinfachung der digitalen Welt. So nutzen wir diese digitale Welt, um mit euch in Verbindung zu bleiben. Wir sind auch während der Corona-Zeit für euch da. Wir werden in den nächsten Wochen Sprechstunden hier im Pixellabor anbieten, in denen ihr euch an uns wendet. Kontakt per Telefon, Chat oder Video ist möglich. Wir sind montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr im Pixellabor, Mittwoch allerdings nicht. Wir sehen und hören uns hier in der Sprechstunde. Euch alles Gute und bleibt gesund. Euer Markus Maus. Euer Michael Niemann. Tschüss.